Gut gehakt. Ich glaube, ich versuche das einfach mal. Das ist richtig geil. Die kriegst du, die kriegst du, komm. Alter, schön. Ey, fettes Petri, ne? Vielen Dank. Ja, schönes Ding. Danke. Boah, geil. Lege ich sie am Boden hier, ne? Dass die hier auch rumfüllen. Was soll die haben? Ja. Braucht keiner mal helfen. Alleine ist das so schwer.